Ok Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder ein cooler Stream. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich werde mir eine Pizza bestellen. Pizza? Danke dir. Für Massa? Wo ist denn der eigentlich? Jo, geiles Match. Was geht Jungs? Habt ihr zufällig Massa gesehen? Ne, aber meinst du, wir können ein Stück Pizza haben? Ich hab voll Hunger. Safe. Kommt her. Ey, danke dir. Bester Mann, wirklich. Danke Mann. Machen. Qual der Wahl. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen jetzt. Habt ihr zufällig Massa gesehen? Ich bin schon die ganze Zeit am Suchen. Ne, aber was hast du denn da so? Dass es hier Pizza hat. Ruhig ein Stück. Gerne. Schon gut. Nice. Sehr gut. Jo, sorry Nico, aber weißt du wo Massa ist? Ne, den habe ich leider nicht gesehen. Aber jo, das ist doch eine Pizza. Kann mir doch safe ein Stück nehmen. Ah, holt ihr den Driller. Das ist doch meine Pizza. Geht. Ja, Mann. Ja, wo ist der Rest? Digga, die anderen hatten auch Hunger. Ach ja, by the way. Trinkgeld, mein Driller. Ja, okay. Eine Partnerschaft nach meinem Geschmack. Das ist doch ein Stück. Ja, wir müssen es jetzt nicht mehr so machen.